Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu TTT mit Andi, Peter, Sebastian, Tommi und Momo. Entschuldigung, was gesagt? Guten Abend oder guten Tag. Er ist da gerade reingekommen. Du hast gestorben durch einen Plasma. Ja, durch meine. Ich hab dir einfach so ins Erdgeschoss gebraucht und er ist da reingekommen. Tut mir leid Sebastian, das war ne kurze Runde für dich. Ich denke, da merkt euch schnell, wenn ihr teleportiert, wir werden immer dahin sagen, wo ich vorher stand. Richtig, wir haben ein, zwei neue Traitor-Items drin, die auch schon bekannt sind von anderen. Warte, ich mach mal TNT kaputt. Geht nicht. Ah, das ist ein Traitor-Scheiß-Ding, gell? Oh, du Huch! Wer war das? Das ist ein Tommi da hinten. Was? Weit nicht. Was, was, da schießt du schon wieder auf mich, ja? Echt, ich dachte, du würdest schon wieder Zwietracht sehen hier. Andi, ich schieße mit Granaten hier. Ich schieße mit Granaten, ja, boah, ich hab Granaten. Geht jemand auf dem Schiff? Soll ich das gleich herausfinden? Äh, ja, am Schiff bin ich ganz oben jetzt. Ich bin grad am Hochklettern gewesen. Ah, ja, ich hab's. Habt ihr viel geschossen? Das war Peter. Das war Peter. Später? Er ist bei dem... Ja, ja, später. Oh, das war... Das war Anti. Das war ich nicht. Nein, das war Momo, momomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom Wie gesagt, ich bin noch weiter ins Schiff, ne? Ja, ich hab Momo. Hab ich ihn wirklich? Ach, guck mal. Da hängt er in der Ecke. Wann hat er da noch bekommen? Ist so. Machen wir denn. Hier aufhängen nochmal. Dann müsste rein theoretisch eigentlich hier Peter... Müsste Peter sein, oder? Peter der andere sein, weil der hat ja auch mich geballert. Wunderschön. Ja, soll ich mir zu dir kommen? Wir? Nein. Ich habe gute Gründe. Ja, wie gesagt, Peter muss der andere sein. Der hat ja auch mich geballert. Ich bin mir sicher, dass Peter der andere sein muss. Hundertprozentig. Keine andere Möglichkeit. Ja, ne, gibt's halt auch nicht. Der liegt zufälligerweise tot vorm Leuchtturm. Echt? Tschüss. Tschüss. Nein, nein, ich bin gerade müh. Nein, ich habe es kauft für die nicht zugeschickt. Andi, du bist einfach nur ein Arsch. Das war's. Fuck. Ich konnte noch nicht mal Hallo sagen und bin direkt gestorben. Escape C, alles gedrückt gegen mich. Nice, Andi. Gute Runde. Sorry Peter, ich dachte, das Schuss kommt von dir. Was für ein Wahnsinnsstart. Ah, sorry. Das wäre schon richtig gewesen, ihn wegzumachen. Ja, ja. Ich hätte nicht auf jemanden Trink gezielt. Ja, du hast übelklapp daneben geschossen. Ich dachte auch erst, du ballerst auf mich. Ja, ja. So was war Weißerbergs, das kann doch gar nicht sein. Ich war nämlich dort oben. Ich war nämlich dort oben. Und genau als du geschossen hast, habe ich halt hochgeguckt. Wer war da? Ich gehe jetzt den Leuchtturm hoch. Peter springt vom Bauern zu Bauern. Oh je. Wer geht auf den Leuchtturm? Ich. Was geht ab? Du hast du gerade gekauft? Ja, du joggst auf dem Boot. Nein, ich bin ja versucht runterzugehen. Wurste mal versuchen, das ist nicht so einfach. Ja, ich bin ja noch voll in dich reingerannt, ne? Und du hast überhaupt nicht reagiert. Ja, aber ich wusste, dass du hochkommst. Du hast es doch gesagt, oder nicht? Ne Incenderie? Hm. Okay, Momo ist so suspicious. Hä? So suspicious, aber ich bin noch nicht confirmed. Momo hat einen Rollensprung gemacht. Ja, genau, weil ich so suspicious bin. Das ist super toll. Oh Gott. Oh Gott. Wow. Was ist jetzt passiert? Andy ist untergeflogen. Jaja. Jaja. Aua. Wo ist denn hier das in der Pfadportal? Es gibt hier, glaube ich nicht. Ja, stopp. Aua, 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 Aua. Ach ne, das war die andere Vision. Peter hat Aua gesagt. Wer macht hier gerade den Kies auf? Ja, ich bin mir untergefallen. Hallo Sebastian. Hallo, Peter. Hallo. Schon mehr tot und jetzt einmal melden. Äh, Andy? Ja? Warum bist du denn so stark verletzt schon? Der ist doch runtergeflogen, hast du vorhin nicht mitbekommen. So, und dann kann den Malware finischen. Wow. Erlässt von seinem Leiden. Peter, was war das? Erlässt. Ich bin gleich zu ihm. Was? Was? Peter hat einen Inno gemacht. Schon wieder Sebastian der Erste, der gestorben ist. Alter, aber Sebastian. Robo. Das geht ab. Mach schon, ich erledige ihn. Das Tier quält sich nur. Welches? Zu beleid Sebastian. Peter? Dutch? Ja, warte mal, Dutch ist Peter. Ja, ich habe einen Inno gekillt. Der Dutch? Hm, Dutch? Ich habe gerade auch einen Inno gekillt. Peter, der hat einen Inno gekillt. Ja, ja. Ja, aber nur weil der locker für drei Sekunden rum stand und nicht hinter dem stand. Das passt ja nur der zweimal hintereinander. Äh, der hat gerade jemanden gemellnend. Ich glaube, das war Maschum. Nein, der steht da gar nicht. Maschum, Maschum, hab ihn. Ich habe Maschum, der war Trater. So, wer ist der letzte von euch Trater? Na komm, Trater, zeig dich. Traterlein ging allein. Okay. Alter, was ist das denn? Nice, nice. Ich komme gar nicht zum Zug. Ich, ich versuch's gar nicht erst. Ah, fuck. Ich wollte den Punkt abstrecken. Das war super. Was hast du denn gemacht? Du standest, du standest ewig... Mein Mikrofon ist mir entgegengekommen. Oh, der Klassiker. Naja, würde ich auch sagen. Es ist wirklich so. Und ich dachte, er ist jetzt gekauft. Glaub's nicht, ich hätte mich da mehr erschreckt. Was, Jan, wurde jetzt zweimal am Anfang der Runde von einem Innozenten getötet. Als Erster. Zweimal schon. Ich wollte nicht ganz so gut bei dir. Läuf bei dir. Hopp. Oh, no. Das ist mega dunkel. Das ist scheiß Map, alder. Oh, mo. Das geht doch voll. Peace, was geht ab? Geht die dann bei dir? Äh. Oh, ich hab's doch... Wer von euch ist Inno? Der kann mal kurz Sebastian machen. Fick mich. Also, ich glaub, man hat das Trater, weil der gefragt hat, wer von euch ist Inno. Ja, ja, ich hab nur darauf gewartet, dass einer darauf reagiert. Sebastian, was machst du da? Willst du mir den Melon einschweißen? Nein, ich versuche da hochzuspringen. Sebastian, ist das? Nein. Nein, ist doch nicht. Alles gut. Okay. Ich warte allerdings auf den Innozenten, der mich jetzt wegkommt. Aber Momo ist schon ganz zielstrebig zu Sebastian gelaufen und ihn zu machen. Nein. Nein, gar nicht wahr. Ich bin zu den Shotgun Muni gelaufen. Wer ist denn Sebastian? Ach da, Sebastian. Ich bin gleich wieder einer teleportiert. Da war einer zu flüten, den Teleporter zu benutzen. Hilfe! Warum bin ich jetzt so viel zu schnell? Gegen einem SATM. Wer ist bei mir? Sebastian ist bei mir. Base on time. Ich leg's aber nicht hin, da hochzuspringen. Sebastian und Dutch ist bei mir. Das heißt, einer oben wahrscheinlich. Also, sobald hier jemand weggeteleportiert wird, wissen wir wer. Einer läuft gerade ein Leuchtturm hoch. Loll? Das bin ich. Ah, okay. Sag das, Andi. Danke, dass weiß der Traitor da oben, dass ich komme. Ja, du bist wahrscheinlich der Traitor. Du willst unbedingt mal den Teleporter benutzen. Ja, genau. Ich rieche doch schon wieder. Und gerade hast du es noch nie auf die Reihe bekommen. Ja, genau. Andi, wieso bist du eigentlich so laut? Wieso hast Andi badly wundet? Du erinnerst dich letzte Runde, wie ich hier runtergefallen bin? Bist du schon wieder runtergefallen? Andi? Ja. Ohhhh. Nein, ich wurde teleportiert. Ich bin tot. Peter. Peter? Das ist jetzt aber gelogen, du. Das ist aber richtig hart gelogen, ey. Oh, ich muss mal schnell was umstellen. Sonst komme ich nicht mehr an meine Tastatur. So. Was seid ihr denn alle Freunde? ich heiße diesen modus ganz ehrlich what the fuck was ist das peter mann 100 pro ohne grundsätzlich nicht alles gut ich lebe noch komm hoch jetzt im leuchtturm ja wo ist er denn ich ral wieder mal gar nichts weiß nicht was passiert ist ich habe eigentlich eine poison gekauft und habe dann nur eine normale gekriegt dafür kriegst du die winchester ins gesicht also bitte nicht wer ist das hier an die hast du jetzt wieder weggeworfen die ding wieder weggeworfen ja ich sterbe ich sterbe diese runde einfach immer als erstes wo ist der nächste wo mich abballern will ich stelle mich hier schon hin ich wäre mich schon gar nicht mehr ich frage ich sehe es nicht eigentlich captain america der ich meine der läuft doch schon so leuchten mit in mit leuchtfarben rum oder jungs diesmal fahr ich hier nicht unter hat ja der ist ja patriotisch unterwegs aber also für alle die mich abschießen wollen ich pendel gerade zwischen leuchtturm und dem komischen kaputt hier unterwegs ist komisch ist anders als die alte also was sie kannst du schon dann so hier sind keine das war toby auf dem schiff wo ist es nämlich das ist eine dreiste lüge also was doch momo ja und du auch ich auch warum werde ich da direkt reingezogen weil peter wahrscheinlich auch schon tot ist nein da ist jungs ich sagte was er bleibt steht ja alles klar gut steifst weg ich hatte wie man sagt auch das müsste momo gewesen sein im arsch mit mir reinziehen ein bisschen zu helfen kein ding ich musste ich bin schon wieder innocent stellst du dich offen hin kommst du mal bitte her na wo soll ich mich jetzt hinstellen traiter na outet euch warte bleibt stehen so mal schauen ob ich länger wie zwei minuten überlebe ich wurde reportet und wo bis von wo nach oben leuchtturm ungefähr peter du kommst daher wo aua ich bin doch wenn er gepostet wurde ja wenn er gepostet wurde kann ich das nicht sagen aber basti ist untergefallen und gestorben er ist identifiziert jetzt geht's los oh nein alter war eh nur der arme alter ist er wieder der erste der gestorben ist oh nein hier liegt einer ja andi ist tot ja speed durch 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 was ist das die big beat explosion glaube ich heißt es ja durch was denn da geht durch explosion durch explosion interessante sache marschum ich glaube nämlich du bist es wie kommst du da drauf naja ich weiß nicht so ne kleine stage ich hab mir weh gemacht ich hab mir weh gemacht ich hab mir weh gemacht also an seiner aussprache her ich sag marschum wer war denn das das war's das ist jetzt aber nein ist marschum dein partner nein ja alles klar was marschum ist tot hast du deinen partner beseitigt ist ja auch nicht mehr marschum bist du ja nicht mein partner hm doch doch nein gewonnen du du na komm na komm na komm na komm na komm peter ja bitte hallo ist mein kleiner peter kann ich für dich tun meine gute da hinten so jetzt schick nach hana schnell brauchst du gar nicht hier ranzusneaken oder so Arnold du kannst ruhig mit mir reden das ist so langweilig für die zuschauer wo hast ihn getötet du bitch ich wusste doch dass du es bist so wie du redest der hund lol what the fuck lol das ist jetzt nicht euer fucking ernst bester mate ever alter das war die beste round ever für mich ohne witz tommy hat gerockt ey es geht 27 points alter an die 19 die 13 wunderbar wie hab ich eigentlich wie er konnte nix machen der arme Leute vielen dank bis zu sehen bis zum nächsten mal haut rein tschüss tschüss tschüss